So, dann wollen wir mal den guten, lieben, alten Dock mal zu Weltrang 3 verhelfen. Also, auf geht's, Jungs. Jetzt könnt ihr vorstürmen. Ihr dürft laufen. Hallo, erstmal. Moin, moin. Genau. Guten Tag. Guten Tag. Ja, ist immer doch. Erledigen Sie alle Feindziele und vor allem, schalten Sie diesen Offizier der Black Tasts aus. Erledigen Sie den Offizier der Black Tasts. Da oben sind ja noch die WLAN-Torsi, ne? Goodie, die ist weg. Das Kopf ist überflogen. Ja. Nein, Gott. Oh, mein Hund. Hm. Geht noch eine. Boah. System unterbrochen. Danke. Zumindest hat man ja erstmal Ruhe wegen Frau Möse, ne? Ja, ich bin wirklich schon eigentlich gut. Geht noch. Da. Ich mag da nicht drunter, das ist nisch. Das ist nisch. Ok, bitte den. Das ist noch n Dicker hier, gerade. Aber der ist ruhig weg. Ah, jetzt geht der hinter der Mauer, ist der doof. Hast du mir gerade gesagt, der ist gleich weg? Ja. Ist auch weg. Jetzt ist er doch weg. Der hat sich hinter der Mauer versteckt. Irgendwie war meine Kugel nisch. Falsch eingestellt. Nee, aber ich tu auf Tiger am gesehen. Das Ding rollt nid. Den. Oh, komisch. Ach. Warte mal die Tür auf hier. Komm ich da hoch? Ja, ich komm hier hoch. Der nächste Treffer gibt dir den Rest. Ich lege einen Köder. Komm. Nein, przy Dennig. Ich komm jetzt erst ... Ich lege dir die Tür ... Jetzt estábora специ 내일 mit dem Nasении, uerhaft jenores FAM War iter auf política. Na, läuft doch. Muss ja. Muss. Verstanden. Dann machen wir mal den Südflügel sauber. Glaubst du ja nicht. Und diesmal nicht unter dem Haus. Genau. Hier hinten ist eine Kiste, ne? Da hinten. Bekleidungskiste. Da. Wo? Da hinten. Hier drin. Na? Hey, andere Seite. Andere Richtung. Hier. 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 Ach, da. Boah. Ah, jetzt hat. Okay. Danke. Aber gut, man kommt ja hier zum Ende auch wieder raus, ne? Mhm. Ja. Ja. Was will denn diese stille Sender? Weg. Ja, ich flitz wieder hoch, wie immer. Ich hab auch noch einen Murmel. Achtung, komm noch mal, ne? Einfach ein zu kleines Magazin. Da oben, dicke. Passt auf. Ja. Ja. Der ist schon weg. Schon weg. Komm hier kurz, ja, na. Ja, ja, der kam fast auch nicht raufgesprungen. Da war's black gewesen. Hab da bloß so ein langsames Edel rumlaufen sehen und dann, oh, dicke. Das war immer so ein Dicke. Das sah so aus, als ob er weich landen wollte. Ja. Ja. Ich bin ja nichts weich. Ich bin aus Knochen. Hart wie Kupfstall. Zäh wie Leder und so, ne? Mhm. Ja. Immer drauf halten. Ja. Kommen wir um die Eck. Und der schweren Beschuss? Hm, komisch. Das ist nicht. Lohnt sich auch noch einen Murmel hinzuwerfen? Nö. Nee, natürlich nicht. Ah. Hat sich gerade in der Kiste gelegt. Aber die kommen ja eh hier um die Ecke. Schön. Schön, schön, schön. Ich geh wieder links rein. Schreischt. Mal gucken, die Stürme nach vorne. Wie immer. Mhm. Aber nicht, dass er da hochklaert ist, ne? Na klar. Ein Dicke? Ja. Der war mal. Schön, die Lampe ist wieder umgefallen. Ach, du bist da der oben herklaert. Ach, du bist da der oben herklaert. Oder was hier? Oder was hier? Er geht gerne auf Tuchfühlung. Das Licht ist ein bisschen ausgeschaltet. Das sieht. Also ich... Ich bin gar nicht mehr gemäht, auch so die Dicken halt, ne? Ja. Ihr könnt dann nicht. Hochklettern und dann, yeah. Und die Feinde, die fallen hier von oben runter, was? Und er krabbelt hoch und die kommen runter. Ja, nee, nee, nee. Wenn der Digger nicht gewesen wäre, wisst ihr, dann... Der wäre schon oben auf dem Dach, ne? Ja, schon durch. Ach, hier war ja auch noch eine Kiste. Die vergesse ich jedes Mal. Ich auch. So. Alle bereit. Check nicht. Ne, immer ein bisschen warten. Bis alle vor der Tür stehen. Ja, Moment, ich habe einen Schluck von meinem Kaffee getrunken. Na. Naja, er trinkt ja auch Kaffee, aber keine Pellkartoffeln dazu. Ne, Donut gab es dazu. Das ist geil. Dann müssen wir es zerstören. Hört aufs vom Essen zu reden, dann kriege ich Hunger hier. Du musstest hier was machen. Na gut, ich gehe erstmal in Stellung hier und dann... Gehe ich in der Küche. Gehe ich in der Küche. Und? Das macht nichts. Ich weiß nicht, wenn ich will, da muss ich kommen. Kommt ihr klar mit dem Hund, ja, ne? Ja, ich nehme durch. Was für ein Hund? Der was ist genutzt, ja. Der was ist genutzt. Ja, ja. Wum, 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 wum. Na, der tut sich gar nicht so schlecht. Schnellweg. So, hundert mal nach. So viel Störung hier offen, da kann man gar nichts werfen. Ich kann doch kommen, was werfen. Alles gestört. So, und jetzt? Ja, toll. Jetzt kann ich mehr da, wo man werfen kann. Ihhh... Im Balletion hier, alter Schöter. Muss noch aktiviert werden, oder? Nö. Eigentlich. Ach, doch, 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 doch. Ich lauf hin, ich lauf hin. Ich lauf. Ich fahre eh auf den Weg, warte mal. Ach, bist du auf der? Na, na dann, sind drückt, sind drückt. Geht gar nicht. Geht nicht drücken, ne? Nicht, verpackt ist hier, oder wann? Ach, nee, ist gut. Du musst jetzt einfach nur warten. Ach, waren wir ja mit Zeitheim, ne? Hm. Ach so. Guck mal denn. Oh, oh. Red Tiger ist heiß drauf. Ach was? Auf, auf, auf schießen. Muss er hier unten auf euch warten. Ja. Macht sie fertig. Bei euch. Scheiße. Fallobst. 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 Pass auf die Flanken! Hm, wo ist das, wo ist das? Hä? Nee. Ach, sorry. Hm. Achem. Der Wettliche Sonne. found yack. Was ist das denn, was ist das denn? Okay. Bumm Bumm What's that? Jupp Dann können wir einsammeln Nicht viele ausgespuckt, die Jungs Nö, irgendwie nett Boah, bisschen wenig Na, nimm doch mal Pff, ist mal gegengelaufen Und so ist dann doch Erle auf Weltrang 3 Stimmt Dankeschön Und auf Wiedersehen Und ich hoffe, es hat euch gefallen, das Zuschauen Ja, wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt Und schaut auch mal in einer Welt Äh, an der Weltränge, sag ich schon An der Playlist nach Also, bye, bye Bye, bye Tschü, tschü